Der Markenrebell-Podcast Setze als Marke ein Zeichen Wertvolle Impulse und Anregungen für Führungskräfte und Unternehmer zur Markenführung in digitalen Zeiten Bring dein Mindset und deine Entscheidungen auf das nächste Level Der Markenrebell-Podcast Von und mit Norman Glaser Hey Leute, schön, dass ihr wieder reinhört. Hier ist Norman von Markenrebell.fm Heute mit einer Q&A-Episode und der Frage Was macht mich zur Führungskraft? Eine sehr, sehr schöne Frage, die mich per E-Mail erreicht hat. Wie ihr vielleicht wisst, wir haben in den letzten Wochen unsere Mobile App gestartet Beziehungsweise bekannt gegeben mit dem Namen Come2Coach Das ist die erste Mobile Academy für Führungskräfte Hier geht es wirklich darum, dass von außergewöhnlichen Mentoren Wissen und Erfahrung geteilt wird In Form von Coachings für Führungskräfte Wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal rein im Internet unter www.come2coach.academy Come, Zahl 2, coach.academy Ich würde mich freuen, von euch da das ein oder andere Feedback zu bekommen Schluss mit der Werbung, rein in die Frage Was macht mich zur Führungskraft? Wie ich schon sagte, eine wirklich sehr schöne Frage Weil das scheint so manchem da draußen, zumindest in meiner Erfahrung, nicht ganz klar zu sein Wann bin ich eigentlich eine Führungskraft und wann bin ich vor allen Dingen auch eine gute Führungskraft? Nehmen wir doch das Wort einfach mal auseinander Führungskraft Zwei Wortbestandteile Führung und Kraft Und aus meiner Warte kann ich sagen, dass wenn ich in der Lage bin, Kraft aufzuwenden, um mich, und jetzt kommt's, mich selbst zu führen, dann bin ich schon eine Führungskraft Der Begriff per se Führungskraft wird ja oft in Unternehmen eingesetzt Aber ich denke auch, ich kann mich als, dann können wir es auch gern umbenennen, in Führungspersönlichkeit vielleicht, aber ich fand diesen Kraftanteil in diesem Wort einfach extrem wichtig Dann kann ich mich einfach auch Führungskraft nennen, wenn ich wirklich diszipliniert und konsequent an mir, an meiner Persönlichkeit arbeite, dann bin ich schon eine Führungskraft Denn nur wenn du in der Lage bist, dich selbst zu führen, wenn du bereit bist, selbst Kraft aufzuwenden, Energie zu investieren, dich selbst zu führen, an dir zu arbeiten, an deiner Persönlichkeitsentwicklung, kontinuierlich zu arbeiten Also nicht einmal im Jahr ein Buch lesen, sondern wirklich kontinuierlich zu arbeiten Dann bist du auch in der Lage, ein Unternehmen zu führen, ein Team zu führen oder ein Projekt zu führen Und das sollten wir uns immer vor Augen halten Führung findet nicht im Außen statt Das ist natürlich das, was dann am Ende sichtbar ist, wenn ich ein guter Leader bin, eine gute Führungskraft bin Aber es fängt im Inneren an Alles was wächst, wächst immer von innen heraus Und das ist einfach so ein wichtiger Impuls, den ich euch mitgeben möchte Der für mein Leben ganz existenziell und wichtig war, auch für meine berufliche Karriere natürlich Aber dass man erstmal von innen heraus wächst, sich weiterentwickelt Und sich hinterfragt, um dann im Außen überhaupt führen zu können Wir Menschen wollen uns eigentlich nicht verändern Wir investieren einfach nicht gern Energie in unsere Persönlichkeitsentwicklung Das liegt einfach daran, dass wir irgendwie so über die Jahre der Menschheit einfach Ja, unsere Energien aufsparen für Notsituationen Ja, das ist irgendwie so in uns drin Das heißt, wir verändern erst etwas, wenn wir müssen Und nicht, weil wir Spaß dran haben Nicht, weil wir das als Teil unseres Lebens erachten Und da stellt sich auch die Frage, wann verändern sich Menschen eigentlich Und da gibt es aus meiner Sicht eigentlich zwei Bereiche oder zwei Richtungen Das eine ist, wir verändern uns, wenn wir Begeisterung entwickeln oder empfinden Für ein neues, großes Ziel Also wenn uns das wirklich emotional packt und wir sagen Wow, das will ich unbedingt machen Oder wenn wir Leidensdruck erleben Das sind eigentlich so die beiden großen Richtungen Um sich zu vergegenwärtigen Genau, dann verändern sich Menschen Also eher wenige verändern sich, weil sie das irgendwie wollen Weil das irgendwie Teil ihres Lebens ist Wir haben mit unserem Verstand, mit unserem Bewusstsein Jeder von uns Eine eigene Identität geschaffen Und mit Identität meine ich dieses Gefühl Das ist mein Fußballverein Das ist meine, wenn ich politisch aktiv bin Das ist meine Partei Das ist meine Gruppe, in der ich unterwegs bin Also dieses urmenschliche Bedürfnis dazu zu gehören Lässt unser Bewusstsein uns eine Identität erschaffen Und da ist unser Bewusstsein sehr kreativ Also unser Ich, lateinisch Ego Und wenn ich über Veränderung spreche Oder wenn ich mich mit Veränderung auseinandersetzen will Dann muss ich mein Ego hinterfragen Dann muss ich quasi die Dominanz meines Egos zurücknehmen Damit wir überhaupt selbst in der Lage sind, uns zu führen Nochmal zusammengefasst heißt das Menschen sind also Beziehungstiere Menschen wollen dazugehören Dieses Zugehörigkeitsgefühl ist für Menschen einfach extrem wichtig Führungskräfte sind demnach eher Unternehmer Das muss jetzt nicht der Begriff Unternehmer von wegen Unternehmen führen Sondern Unternehmer, das Gegenteil wäre dann der Unterlasser Und es gibt davon wirklich nicht viele Leute Die das wirklich so für sich entdeckt haben Oder das so als ihr Selbstverständnis entwickeln Dass sie sich als Unternehmer verstehen Und nicht Unterlasser sind Es gibt jedoch Führungskräfte Die zumindest in Positionen sind In denen sie führen müssten Die eher Unterlasser sind Die Innovationen und Ideen einfach blockieren Oder einfach nicht zulassen Weil vielleicht auch eine unternehmerische Hierarchie existiert Und sie einfach nicht wollen Dass irgendjemand an ihnen vorbei Karriere macht Also das gibt es leider auch Aber wir konzentrieren uns natürlich auf euch Als Führungskräfte Die ihr euch als Unternehmer versteht Und nicht als Unterlasser versteht Eine Führungskraft braucht dann natürlich Ein besonderes Bewusstsein Von sich selbst Wir nennen das dann Selbstbewusstsein Also sich selbstbewusstsein Der Fähigkeiten Der Stärken Und Eben was ich vorhin gesagt habe Die Ja wie soll ich sagen Die Die Sich selbstbewusstsein Dieses dominante Ego Oder von diesem dominanten Ego Zurück zu treten Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt Sich das klar zu machen Und eher so Auch den Vorteil Für meinen Gegenüber suchen Ja Ob das jetzt ein Mitarbeiter Ein Kollege ist Ob das mein Kunde ist Dass ich von meinem Ego zurücktrete Und den Vorteil Für meinen Gegenüber suche Neben dem Selbstbewusstsein Ist natürlich auch die Selbsterkenntnis Extrem wichtig Wenn ich gefragt werde Was ist der Sinn des Lebens Ja Dann sucht ja jeder Irgendwie nach seinen Antworten Und meine Antwort ist Der Sinn des Lebens ist Sich selbst zu erkennen Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz Sich selbst zu erkennen Hat wieder was damit zu tun Sich selbst zu hinterfragen Sich selbst bewusst zu sein Und Sich dann dementsprechend auch Zu entwickeln Oder überhaupt die Möglichkeit Wahrzunehmen Sich zu entwickeln Und als dritten Begriff Also wir hatten Selbstbewusstsein Wir hatten Selbsterkenntnis Und der dritte Begriff Ist auch ein extrem wichtiger Und zwar ist es Die Selbstverantwortung Und es fällt so vielen Menschen Schwer Verantwortung zu übernehmen Und ich merke sehr oft Im Freundeskreis Oder auch bei Geschäftspartnern Dass oftmals die Verantwortung Abgegeben wird Mitarbeiter geben die Verantwortung Ihrem Abteilungsleiter Also diese Selbstbestimmtheit Wechselt zu einer Fremdbestimmung Und das ist natürlich insofern schwierig Dass ich dann gar nicht mehr In der Lage bin Mich selbst zu führen Oder andere zu führen Sondern ich gebe die Verantwortung ab Und lege quasi so Mein berufliches Leben In die Hände eines anderen Also das finde ich auch Einen sehr schwierigen Punkt Also an dieser Stelle nochmal Ganz klar der Hinweis Oder der Impuls an euch Selbstverantwortung Heißt Übernehmt selbst Die Verantwortung Für euer Handeln Für euer Denken Und akzeptiert Dass ihr Fehler machen werdet Das ist eigentlich Ein ganz selbstverständlicher Punkt Der leider in Deutschland Oftmals eher bestraft wird Anstatt belohnt zu werden Aber es ist so extrem wichtig Dass ihr keine Angst vor Fehlern habt Sondern dass ihr selbst Die Verantwortung für euer Denken Und Handeln übernehmt Und wenn ihr An euch An eurer Persönlichkeit arbeitet Dann wird diese Selbstverantwortung Oder sagen wir es mal so Dieses Risiko der Selbstverantwortung Eigentlich minimiert Weil ihr Euer Ego zurückstellt Und er im Blick nach außen Den Kontakt sucht Zu eurem Team Zu eurem Unternehmen Zu euren Projekten Wir haben das Jahr 2017 Es hat gerade erst begonnen Es wäre also Ein sehr guter Moment Mal über seine eigenen Vorsätze Zu sprechen Und es gibt so einen Einen interessanten Punkt Den ich auch An euch Führungskräfte Gern mitgeben möchte Oder den ich mit euch teilen möchte Das hat mir ganz stark geholfen Einfach immer wieder Die Frage zu stellen Was bringt mich Meinem Ziel Oder meine Vision näher Das ist ein ganz Wichtiger Punkt Ich mache das jeden Abend Ich schreibe jeden Abend Ein Tagebuch Ich mache das bewusst Auch schriftlich Also nicht nur im Kopf Sondern wirklich schriftlich Indem ich meinen Tag Reflektiere Und sage Okay, was habe ich An diesem Tag gemacht Und was von dem Was ich gemacht habe Was mir auch gefallen hat Also Aufgaben Die ihr erledigt habt Die euch Spaß gemacht haben Haben diese Aufgaben Die euch Spaß gemacht haben Tatsächlich auch eurem Ziel Eure Vision näher gebracht Und was ihr dann entdecken werdet Ist ein ganz interessanter Aspekt Denn ihr werdet reflektieren Und werdet feststellen Dass selbst die Aufgaben Die euch Spaß gemacht haben Euch vielleicht nicht unbedingt Eurem Ziel Eure Vision näher gebracht haben Sondern die Aufgaben Die ihr vielleicht nicht so mögt Oder die ihr gerade so umschifft habt An diesem Tag Das wären eigentlich Die wichtigen Aufgaben gewesen Um euch eurem Ziel Oder eure Vision näher zu bringen Also diese Reflektion Ist ein entscheidender Faktor Und wenn ihr das als Tagebuch Wirklich täglich macht 20 Minuten 30 Minuten Maximal Maximal Dann habt ihr Die Chance Durch die Reflektion Nach Lösungen zu suchen Wie ihr eurem Ziel Und eure Vision Näher kommen könnt Ihr werdet den nächsten Tag Anders gestalten Als wenn ihr kein Tagebuch Führen wollen würdet Und vielleicht zum Schluss Damit wir nicht zu lang heute werden Zum Schluss vielleicht noch So ein paar kleine Tools Die mir helfen Visualisiert eure Ziele Eure Vision Das kann eine Collage sein Die ihr in Form eines Bildes An eure Bürowand hängt Das kann ein Bild sein Das ihr gestaltet Das kann auch ein Zitat Das kann ein Spruch Das kann ein Satz sein Den ihr als Bild Auf euren Schreibtisch stellt Bildschirmhintergrund Für euer Handy Whatever Was euch einfällt Aber visualisiert Das Ziel Die Vision Und platziert sie dort Wo ihr sie jeden Tag Mehrmals seht Also nicht nur Auf den Zettel Und das Bett legen Es sei denn Ihr verbringt die meiste Zeit im Bett Sondern dort Wo ihr seid Oder was ihr mit euch rumtragt Handy wäre zum Beispiel ideal Das nächste hatte ich schon gesagt Das nächste Tool wäre Ein Tagebuch zu führen Macht es schriftlich Also akzeptabel ist Irgendwo rein tippen Zum Beispiel in Evernote Oder irgendeine Notiz-App Noch besser handschriftlich Handschriftlich hat nochmal Eine ganz andere Verbindung Mit eurem Kopf Mit eurem Bewusstsein Und Unterbewusstsein Selbst wenn ihr das Ganze Zwei Jahre später Nicht durchlest So war ich zum Beispiel Darauf ich habe gefragt Hey Wieso muss ich ein schriftliches Oder wieso soll ich Ein schriftliches Tagebuch führen Von Hand geschrieben Wenn ich was suche Lese ich doch nicht Die Tagebücher von 10 Jahren Oder Aber darum geht es überhaupt Nee Es geht darum Dass ihr es aufschreibt Dass ihr es Nachlesen könntet Aber ihr nicht müsst Und dass ihr durch das Aufschreiben Diesen Prozess Der Reflexion Und Lösungsfindung startet Das ist eigentlich Der Geheimtipp Dann was ich auch Sehr wichtig finde Feedback aus eurem Team einholen Also wenn ihr ein Team führt Oder auch ein Projekt Was ja auch mit Leuten zu tun hat Oder ein Unternehmen Natürlich Dann holt euch regelmäßig Ein Feedback Von eurem Team ein Und fragt doch einfach mal nach Wie der Führungsstil Von euch ankommt Was finden die Leute gut Was finden sie nicht so gut Fairerweise muss man sagen Ihr werdet vielleicht Gerade wenn ihr in der Führungsrolle seid Jetzt wahrscheinlich nicht Das ganz ehrliche Feedback bekommen Aber ihr kriegt zumindest eine Tendenz Inwieweit sich eure Kollegen Eure Teammitglieder wohlfühlen Macht zum Beispiel auch Sinn Bei externen Partnern Also die arbeiten ja euch Nicht nur zu Um als Dienstleister zu funktionieren Sondern auch dort ist es natürlich Wichtig zu verstehen Und die sind oftmals sogar Noch ein bisschen ehrlicher Als die eigenen Leute Im eigenen Unternehmen Von denen könnt ihr auf jeden Fall Verstehen, lernen Was ihr unter Umständen In der Kommunikation Oder auch in eurem Verhalten Noch verändern, verbessern könntet Und letzter Tipp Führungskraft Als Mentor suchen Sucht euch eine Führungskraft Die vielleicht schon ein paar Berufsjahre mehr auf dem Buckel hat Die Die gern Erfahrungen Oder auch Wissen Um das Thema Führung teilt Besucht auf jeden Fall Come to Coach Jetzt nochmal ein kleiner Werbeeinklinker Für unsere erste Mobile Academy Für Führungskräfte Aber wichtig ist einfach Von einem Mentor zu lernen Und jemanden fragen zu können Was auch ein guter Tipp ist Gründet Mastermind Gruppen Bestehend aus vielleicht fünf Bis maximal zehn Leuten Dass ihr wirklich Mit Leuten Die auch Führungskräfte sind Einfach einen Erfahrungsaustausch Starten könnt So Und an dieser Stelle Wünsche ich euch Viel Erfolg Im Jahr 2017 Ich drücke euch die Daumen Und ich glaube an euch Dass ihr als Führungskraft Einen geilen Job macht Und eure Vorsätze Auch tatsächlich In die In die In die Tat umsetzt Das ist immer wichtig Ne Ins Ins Handeln kommen Also nicht nur Theorie Sondern auch ins Handeln kommen Aber Da ihr ja diesen Podcast hört Seid ihr ja schon dabei Im Handeln Und damit möchte ich Danke sagen Und freue mich Auf ein spannendes Neues Jahr In diesem Sinne Nur das Beste für euch Das Beste für euch